So, willkommen zurück bei Minigolf. Die letzte und epische Schlacht zwischen Orihalkon und mir. Es steht 4-4 in der Minigolf-Challenge. Spannender könnte es nicht sein. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das letzte und entscheidende Spiel, machen wir einfach mal 18 Bahnen. Haben uns für die 18 Bahnen dann auch Hole-in-One-Bahn genommen. Damit das hier auch nicht allzu lange dauern wird. Und dann wollen wir mal sehen, wer hier in dieser epischen Schlacht als Sieger hervorgeht. In der letzten Runde hatte ich auf jeden Fall extrem viel Glück, muss ich sagen. Also, das war schon. Es waren auch einige Skillshots bei. Schon sehr unverschämt. Das ist ja schon ein bisschen seltsam davon. Ey, komm schon. Danke. Jetzt habe ich plus 2, weil ich nicht mit meinem Schuss reiche Horde. Ah, ich leck mich doch am Sack, ey. Was haben wir denn hier? Eis, Eis ist immer cool. Eis ist schon krank. Gibst du da eine Taktik für die Bahn? Ich weiß nicht. Oh. Boah, der kommt aber, glaube ich, gut. Oh, der kommt sehr gut. Der kommt richtig gut. Alter Schwede. Hätte ich nicht gedacht, ey. Ich habe einfach mal drauf losgekloppt. So nach dem Motto, Fortuna wird es regeln. Fortuna Düsseldorf? Ne. Fortuna Perikhausen. Okay. Ja, der war aber auch nicht schlecht. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Wenn du jetzt deinen vierten machst, dann steht es wieder 6-6. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Hä? Oh nein. Oh nein. Gelb. Gelb ist nie gut. Und Magnet. Und Magnet. Ja, Magnet ist auch immer echt extrem sexy. Durchschnitt brauchen hier 6 Schläge. 6 Schläge? Ich glaube, die versuchen das auch gar nicht darüber, wo wir da versuchen. Ich wette, das ist ein Wegstoß, Magnet. Ne. Ne. Jetzt kann ich wieder vom Anfang, oder was? Boah. Dafür ist mir der Minigolf-Pokal zu wichtig. Nein, was mache ich denn? Oh, bin ich ein Noob? Da komme ich jetzt natürlich auch ganz los. Ist doch gut, oder nicht? Hier kann man natürlich eine richtige Scheiße machen, oder? Wie richtige Scheiße? Wie meinst du das? So in dem Sinne. Alter, du bist so ein Wichser. Ne, hat ja nicht geklappt. Also sei ruhig. Doch, ich kam doch am Anfang, zum Anfang wieder zurück. Was hat der Anfang? Ja, sicher. Da oben ist der Anfang. Da kam ich doch wieder zurück, ey. Okay. Boah. Das war richtig mies. Schade. Boah, den kannst du vielleicht mit einem rein. Ja. Fick die Henne, ey. Das gibt's da gar nicht. Oh, schön. Den kriegst du jetzt auch rein. Komm. Jawohl. Ja. Sehr schön. Das bleibt spannend. Wo fangen wir überhaupt an? Ach, da. Hä? Einfach irgendwie. Okay. Okay. Frag mich nicht, welchen ich getroffen habe. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Na, wir liegen beide ganz gut, glaube ich. Ja. Könnte klappen. Ja. Ja. Oh. Alles klar? Ja, ich denke mal, der wird mit dreien bei uns beiden drin sein, ne? Ja. Müsste drin sein. Und hopp. Alles klar. Hä? Okay, das ist ein Mim. Mim? Okay. Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen, die Map, ey. Scheiß die Wand an, ey. Boah, ich hoffe, ich bin nicht tot, wenn ich da... Hö? Yeah. Woooo. Wo bin ich? Hä? Ich fliege irgendwo durch die Gegend. Was ist denn hier los? Wie geil ist das? Ey, komm. Alter, wenn du jetzt gleich mal zum Glück hast. Ich raste aus. Mann, ich bin so nah da dran. Oh nein, jetzt häng ich hier in... Oh. Das ist doch scheiße. Das ist eine geile Bahn. Und Action. Tü-tü-tü-tü-tü. Na? Oh. Mann, das ist halt ein Kack. Alles klar, den habe ich drin. Yeah. Nein. Oh. Ach, die slowen auch noch. Bum, bum, bum. Das war es wohl mit meinem Mini-Golf-Pokal. Abwarten, abwarten. Wer weiß, was da noch für kranke Bahnen kommen. Wir haben 18 Stück. Jawohl. Ah, plus sechs, ey. Was ist das denn? Hä? Hä? Ich check gerade gar nicht, wie das geht. Ah, doch. Ich weiß, wie ich das mache. Ne, so mache ich das nicht. Oder? Oh. Okay. Okay. Hä? Hä? What the fuck? Ja! Ich lache mich kaputt, Alter. Wie viel Glück kann man denn auch haben, ey? Ach, Alter, mein Hals, ey. Finde ich fast der Kehlkopf mit weg, ey. Hä? Bester. Obwohl, die machen 43 Leute. Musst du mit voller Pulle. Mit voller Pulle-Mustert. War auf die andere Seite vielleicht? Ey, ich komme da nicht. Geht nicht. Schräg schräg. Du musst von unten den blauen erwischen. Wisst du? Die sind geil, die Bahn, oder? Hör mal, echt, Hammer, ey. Ich auch, ey. Hauptsache, ich habe die erst mal mit einem reingemacht, ey. Bin ich ja schon ein bisschen stolz, ey. Ich glaube, davon werde ich noch meinen Kindern erzählen. Was haben wir denn hier? Das wird aufgeholt mit einer Drecksbahn. Siehst du? Blau? Müssen wir in blau rein, oder wo müssen wir rein? Äh, hä? Oh, hast du das gesehen, Mann? Das war ja schon echt hart. Uuuh. Du bescheißt dich doch im Schlaf, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Du bescheißt dich doch so was von dem Schlaf, Mann. Das ist doch ein Witz. Ah. Ach, Ficke. Mann, ey. So blöd kann man doch nicht sein. Siehst du doch. Wolltest du mir jetzt was vorhalten? Äh, komm, schau an. Jetzt muss ich lacken. Ui. Ja, klar, ey. Genau so muss das sein, ey. Das muss auf die andere Seite. Das ist das Problem. Ja. Okay, was ist das? Das sieht auch wieder richtig krank aus. Wow. Hast du ja echt überlebt, ey? Ja. Natürlich. Na gut, so geht's nicht. Ja, genau, Junge. Du willst mich auch trollen, oder? Ey, ich lack bist mir wohl auch mal gegönnt, ey. Du willst mich auch trollen, ey. Ein bisschen lack. Ja gut, ich hab die eine mit einem reingemacht und du mit neun. Hast du wohl verdient. Und dann, gut. Das kann ich wieder ein bisschen. Das ist nicht zu viel rumtricksen. Geht ja schließlich um den Minigolfpokal hier. Ja. Nicht rein, nicht rein, nicht rein. Ja. Mein Gott. Plus vier. Ja. Das wird immer... Was ist das denn, Alter? Du scheiße. Alter. Ja, ist klar. Direkt im Blauen. Alter, du kommst ja nur ins Blaue. Was ist denn das für ein Käse? Na, hier musst du ja erstmal übelst rumtricksen. Na, hier wirst du nicht viel... Wenn du ein bisschen Glück gehabt hättest, dann hättest du hier viel gut machen können, ne? Aber das liegt schon wieder um einiges besser als ich. Ja, das stimmt. Demotivierend. Ja, denk dran. Wir haben gerade mal die Hälfte, oder was, ne? Oh, das war aber gut. Ich bin da schon mal um die Ecke gekommen. Boah! Was ist los, Mann? Das hat er echt überlebt, ey. Die Kugel. Na, sehr schön. Na, das wird ein gutes... Eine gute Runde. Grün ist natürlich am geilsten, wenn du in Grün reinkommst, ne? Grün, ja. Da bist du direkt... fast drin. Oh, schade. Schade, schade, ey. Ich hab wieder ein. Ähm, ja. Okay, was ist das? Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich glaub, wenn man hier mit einem reinmacht direkt am Anfang, ist man der King. Aber man darf aber oben nicht anecken. Ne. Weil oben ist gelb. Ach, geh doch da rein, du Arsch. Gesicht. Ich glaub, ich werd jetzt einfach... Die Position ist scheiße, von der ich hier starte. Ich glaub, das ist besser, wenn ich da ein bisschen rumjustiere. Weil du kommst jetzt ins Gelbe. Ja. Weiß gar nicht mal so verkehrt. Dann startet man direkt am Anfang wieder. Mhm. Ich glaub, du musst den schon von der Startposition aus reinmachen. Ansonsten hast du echt ein Problem. Ja. Ich mein, von da kannst du eigentlich gar nicht reinmachen. Das ist nicht möglich. Nee, das geht nicht. Weil du musst den da treffen. Alter, das ist aber echt richtig hart. Nee, so geht's nicht. Wir haben maximal zehn Schläge eingestellt, ne? Ich dachte nicht, wunderschön. So, so liegt der vielleicht gut. Mal gucken. Ach, Käse. Käse! Ja, der könnte... Ach. Na, ich glaub, das wird nix. Ich glaub, das wird ne Zehnerbahn. Nochmal einmal hier. Trickser. Ich möchte auch. Aber egal. Ich könnte das mal ein Grupp machen vielleicht. Aber nein. Ich treffe nicht. Treffe ich noch. Oh. Ja. Der Versuch wäre es wert gewesen. Schade, schade. Okay. Okay. Ja. Was ist das so ein Glämpfchen? Scheiße. Das ist immer dieser Moment, ey. Also sind alles so hole-in-one-bar? Ich hab' ich noch nie gesehen, ne? Mhm. Nicht schlecht, ey. Na! Scheiße. Vielleicht ne ganz gute Idee. Einfach mal ein bisschen safe, weißt du? Mhm. Ach du Penis, ey. Da, da, hallo. Da kann ich ja wohl nix für, ey. Komm, ey. Jetzt liegst du doch noch besser durch mich. Ja, aber was soll ich damit anfangen? Ich... Bin hier irgendwie ganz schlecht dabei. Ah, scheiß die Wand an, ey. Da war halt wieder mal. Peric und sein Glück. Hans im Glück nennt man mich auch. Ja! Der war noch nicht drin, Mann. Ja. Ach, Fick dich. Scheiß Kugel. Wie der mich einfach als Bande benutzt, Mann. Ja. Der kleine Arsch. Das muss ich halt versuchen. Na, komm schon. Einen will ich's noch gut machen. Hä? Ja, der ist drin, glaub ich. Ja. Der ist drin. Boah. Jawohl. Du bist so ein scheißlacker, ey. Oh, hier ist, glaub ich, Vorsicht geboten. Ich hab da schon ne Idee, wie ich das mach. Nee, das war meine Idee nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Boah, du bist so eine Arschkrampe, ne? Boah, du bist so ein scheiß Arsch, Mann. Das geht's ja gar nicht, ey. Das ist unglaublich. Geh doch da rein, ey. Mann. Ich zeig dir, wie das geht. Okay. Ja, ist klar. Wir haben beide vier. Ach so, nimm auf. Boah. Hä? Wo bin ich? Bester macht den mit einem rein. Ist klar. Was sind das für Leute? Ganz ehrlich, jetzt mal. Wo kommen die her, ey? Von Münchhausen hier, ey. Ja, nee, ist klar. Ja, ey. Du stehst doch genauso, ey. Ich bin scheiß wie im Schlaf. Wie viel Glück kann man haben, ey. Ich bin einfach nur gut, Mann. Ich bin einfach nur scheiße gut. Cool. Das war schon mal sehr gut. Wie kann man die mit einem reinmachen? Ist doch schon unverschämt. Ja, gut. Ich würde sagen, wir pausieren die Aufnahme hier und warten mal, bis Dennis ist fertig jetzt nach drei Jahren. Ich habe eine Acht erwischt, glaube ich, ey. Okay. Ach, komm schon, Baby. Lass mich nicht hängen, hier. Ey, hol mal auf, hier. Endlich. Mann, was habe ich denn hier für einen Knick in der Optik? Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht, ey. Ich habe irgendwie so einen Knick in der Pupille, ey. Na, endlich. Komm schon, jetzt muss der reingehen. Gimme luck! Komm, einen noch daneben. Ja! Shit, okay. Was ist das? Hä? Hä? Ich check gerade gar nicht, wo ich hin muss überhaupt. Ja, ich bin auch total verwirrt. Aber gut. Hä? Ich lande mal wieder am Start. Okay. Oh ja, Baby. Das ist eine gute Ausgangsposition. Oh ja. Nein! Fick die Henne, ey. Da lag ich einfach mal im... Scheiße. Nein, Mann. Der hat eine gute Position. Ey, das gibt's nicht. Der bescheißt dich doch im Schlamm. Ja, 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 ja. Ja, Gott, ey. Ach, Ficke. Ficke, Ficke, Ficke. Ach, jetzt bin ich auch noch hier gelandet, ey. Was ist das denn für eine Kake? Oh nein, oh nein. Das wird eine richtige Schmach, glaube ich. Jetzt werden... Ja! Komm schon. Boah, ich muss aufhören. Okay. Einen habe ich sicher. Ja, 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 ja. Zwei habe ich sicher. Boah, du ließ nur noch mit einem Entführung. Ja, spannender könnte es nicht sein, oder? Ja, geht auch noch weiter zurück, ey. Boah. Ah, das hier ist natürlich logisch. Das sind vier blaue. Und einer davon ist der richtige, oder was? Ach, komm schon. Nicht ernsthaft, oder? Jetzt wird unsere epische Minigolf-Schlacht wird hier durch Glück entschieden, oder was? Und kriege mal einen Anfall, du. Boah, das ist ja voll kacke. Ja, das bringt uns jetzt gar nichts, oder? Nee. Das ist ja total behindert, Mann. Boah! Okay. Ich mache den da. Welchen haben wir denn jetzt alles benutzt? Ich glaube, die linken nur alle beiden, ne? Bester mit einem, ist klar. Der hat wahrscheinlich auch irgendwie... Ja, bitteschön. Danke. Boah, jetzt ein bisschen Glück. Boah, wenn ich jetzt in den Falschen reingehe, habe ich Arschkarte. 50-50, um was aufzuholen. Mein Gott, ey. Okay, ich versuch's oben. Nein! Fick die Henne! Aber ich bin wieder da, ey. Ja, ich bin wieder, ja. Danke. Komm schon, Alter. Durch mich bist du jetzt rangekommen. Und es ist unentschieden. Vorletzte Karte ist unentschieden. Kann das so eng sein, ey. Ich muss jetzt einfach Glück haben. Muss ich ja eigentlich auch mal sicher, oder? Weiß man nicht, ob das eine gute oder Scheiß-Position ist, ne? Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Oh mein Gott. Werde ich diesen scheiß Mini-Wolf-Pokal endlich gewinnen? Oh ja, das sieht sehr gut aus. Ja! Fuck, Trickser. Oh nein, das gibt's nicht unentschieden. Letzte Map. Letzte Spiel. Oh mein Gott. Komm, schnackt dicken erst, bevor du hier was machst. Okay. Was ist das denn hier? Oh, das ist auch noch so eine Scheiß-Bahn. Wir haben nur zehn Schläge eingestellt. Was ist denn jetzt, wenn wir beide zehn haben? Dann ist, äh... So, ich weiß nicht. Aber es sieht gut aus für mich. Wobei man das noch nicht sagen kann, irgendwie. Das Problem ist jetzt, das wird irgendwie jetzt die ganze Zeit so gehen. Erstmal ein paar Schläge. Ja. Boah, ich raste aus, wenn das Spiel hier unentschieden ausgeht. Echt, da kriege ich einen Anfall. Hey, komm, fick dich. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wie kann man denn so unverschämt Glück haben, Alter? Das ist doch ein Witz. Sehr schön. Das wird nicht reichen, glaub ich. Oh fuck, ich glaub, es reicht auch nicht. Boah, nein, dieses Game wird unentschieden, oder? Oh nein, nein, nein. Ah. Ah, fick. Ja, komm, ey, das ist doch scheiße. Echt, die Map wird unentschieden ausgehen. Oder? Oder? Nein, der macht ihn rein. Nein. Kann ich das doch schauen? Nein, das gibt's nicht. Oh, ja. Ja. Sieg. Oh. Der muss es sein. Fuck you, Alter, das ist doch scheiße. Mit einem Punkt. Mit einem Punkt. Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach nur scheiße, Mann. Ich geh mich jetzt erhängen, hauen sie rein. 20 Minuten hier gespielt und dann gewinnst du mit einem Punkt, oder was? Einen verdammten Punkt, also perfekter hätte das Finale aber nicht sein können. Ja gut, Minigolf geht an, Dennis. Ja, ich glaube jetzt den Pokal und rennt durch die Nachbarschaft. Pokalsieger. Mit scheiß Glück, Mann. Mit scheiß Glück. Ja, aber gut. Ich muss ihn, äh, als Sieger erkennen. Und, äh, nicht. Es wird sicherlich eine Orange entweder im anderen Spiel geben oder im zweiten Minigolf-Match. Wir werden sehen. Ja, sicher. In einem anderen Spiel natürlich. Und da werde ich dich wegledern. Okay. Ja, das war's mal wieder für heute und auch komplett mit Minigolf erstmal. Dennis hat mich abgezogen mit 5 zu 4. Aber es war eine supergeile Schlacht. Ja. Und die letzte Runde hat mega viel Spaß gemacht. Ähm. Wie immer können wir uns Kommentare schreiben über Likes und Abonnenten. Würden wir uns sehr freuen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Projekt wieder. Was auch immer es sein wird. Keine Ahnung. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.